Untertitelung des ZDF für funk, 2017 50.000 hat er gekostet und gestern Nacht hat ihm jemand geklaut. Und manche sagen, dass du das warst. Wir Diebe haben unsere Ehre. Daran halten wir uns. Wenn wir nun das Gerücht verbreiten, dass Turdu ein Rennpferd hat, ein richtig schnelles, der kann nicht anders, der muss es glauben. Unsere Vorfahren gehörten noch zusammen. Wir waren in Frieden miteinander. Wir haben alles geteilt. Der ist doch so besessen, dass er kommen wird. Wir alle hier sind Nachfahren der Nomadenvölker. Und die Menschen und ihre Pferde sind in Kirgizistan schon immer unzertrennlich gewesen. Erzähle nie einem von deinem Wunsch. So was musst du tief in dir verbergen, in deinem Herzen. GehALte dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017